Ich bin heute hier beim Shooting für PETA. Wir machen eine Kampagne gegen Affen im Zoo. Es ist total absurd, dass eine Glasscheibe im Zoo oder ein Gitter uns so deutlich voneinander trennt, wobei wir uns in echt so ähnlich sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, mit dieser Kampagne jetzt eben darauf hinzuweisen, wie arrogant das ist, wie wir uns Tieren gegenüber da verhalten und davon ausgehen, dass wir das Recht haben, so über ein Tierleben zu bestimmen. Ja, wir denken immer, das ist alles normal, obwohl wir wissen, dass der Lerneffekt zum Beispiel für Menschen gleich Null ist. Weil ich sehe ja gar nicht ein Tier in seinem Umfeld, wie es sich normalerweise benehmen würde. Da werden Steuergelder in zig Millionen, werden für Zoos, für Käfige ausgegeben, statt es dorthin zu geben, wo man die Art an sich tatsächlich erhalten könnte. Das heißt, dass man diese Gebiete schützt, in denen die Tiere wirklich in der Natur leben. Mein Name ist Kai Wiesinger. Menschenaffen gehören nicht eingesperrt. Artgerecht ist nur die Freiheit. Weitere Informationen findet ihr auf pita.de. Wir haben sie nicht mehr, weil sie nicht mehr, wenn 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 sie nicht mehr,